cool ich hab ne leiter gebaut eine step ladder oscar anwesend wenn du von den mystical agriculture pflanzen eine lila essenz bekommt auch eine pinke essenz bekommt die potterleistessenz heißt nicht benutzen bitte ich benutze die essenzen sowieso nicht die brauchen wir noch warum baust du dir welche essenz in der kiste haben wir zwei stück davon keine ahnung warum oben rechts so ne die nicht wo ist das loch ich brauche nur für irgendwas ich weiß jetzt nicht mal was weg damit Weg damit, damit. Das weg. Das weg und das weg. Warum ist da drin ein Mini-Golem? Wo drin? Hier bei Dirox. Bei so einer Mob-Farm oder was ist das? Nö, dann wird da einer drin sein. Was ist da drin? Da war irgendwie so ein Golem. Das ist wieder einer von diesen bösen Mobs. So, das haben wir jetzt hier angeschlossen. Das gibt es jetzt auch als Baby-Version. Dann kommt das Sieve da ran. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Dann... Von da nach da. Extract Insert. Extract Insert. Ähm... Couple Stone Generator. Da muss ich das Kabel umsetzen. So und so. Insert Extract. Genau. Hast du noch Eisen über? Ein bisschen, ja. Hier. Da dreust du dich. Habe ich hierhin gebraucht drauf. Äh... Was braucht das denn alles für ein... ...artikel Eloi? Echt mal. Wieso brauchst du Elois? Du hättest ein 4.3 Jetpack? Hm... Ich hab mir vorhin einfach mal eins gemacht. Das war ja ziemlich viel Scheißarbeit, oder? Ja. Dann mach ich mir auch mal eins. Das... ...klochen Stimmen. So... ...und... ...äh... ...dass dann Sand... Das Kabel sitzt du schon an dem kabellosen Stromversorgung. Äh, ne. Ich setze uns erstmal daran, dass wir vernünftig Stromversorgung haben. Okay, dann... Guck ich mal, was da so Kabel los da braucht. Auch, weil... ...das wär der nächste Schritt. Ja, das wäre... ...Flux Network. So, dann... ...hier... 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 Heißt du die Matte oder... ...ja? ...hier... 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 Das hier rein, Iron Mesh ist drinnen. Hast du die Aufnahme eigentlich an? Ja. Achso. Muss ich dich vorher um Erlaubnis fragen? Nee. Was ist das da? Na siehste. Alles gut. Und Reakt anschalten. Tu uns bitte aber einen Gefallen, wenn du was. Guck mal eben nach. Wenn du einen Fluxblock erstellen möchtest, nimm bitte Red. Ich brauche Redstone Blöcke dafür und verbrenne Redstone Blöcke. Ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist einfacher zu craften. Und Redstone haben wir jetzt mittlerweile unendlich. Wie ist es euch Redstone Blöcke? Für Flux-Blöcke? Die kannst du entweder craften mit Flux und Flux-Cores oder indem du einfach einen Block of Redstone in den Ofen knallst. Oh wow. Okay, das ist oh wow. Das ist wirklich einfacher. Und dadurch, dass wir eine Redstone Flower haben. Haben wir fast einen eigentlichen Redstone. Redstone, genau. Redstone. Minecraft steht hier nur halb ab. Warum? Was machst du mit der Minecraft? Keine Ahnung, Slack die ganze Zeit. Heute... Du hast jetzt schon wieder schlechte Verbindung. Ich weiß, das ist... Ein Teufelskreis. Was ist... Heute hat sonst alles gut funktioniert? Bis jetzt... Ja, bis jetzt... So, das ist das Big Reactor Zeug. Das sind die Erze. So, das kann alles da rein. Was kostet denn so eine Redstone Flower? Vier Redstone eigentlich nur. Willst du noch eine Redstone Flower hinsetzen? Na, habe ich so gedacht. Eine Produktivität und so. Na, lass mich hier eine bauen. Ich hab das Rezept noch im Kopf. Okay. Ich brauch nur eben... Nen Seed. Das ist das Teuerste daran. Eigentlich so gerade. Das kann nicht wahr sein. Wie viel Rahmen hast du deinem Minecraft auch zugewiesen? Du hast irgendwas kaputt gemacht. Ja. Weiß ich nicht. Das ist nicht... Ich glaub ich das auch heiße mal nach oben. Und halt auch nicht. Hm. Okay, jetzt gerade geht's. Du hast dann drei Striche anstatt fünf. Also... Einen mehr als davor. Ja. Das koppelst du am längsten nach. Ja, ich glaub. Erste. Ja. Komm bevor ich hier absaufe. Oh, jetzt. Du brauchst bei irgendwas Hilfe melden. Nee, noch nicht. Noch nicht? Ja. Okay. Ich schätze, dass mit dem Tinker wird. Du musst es nicht unbedingt machen. Also du kannst die Arzt auch ganz normal blenden. Aber ich schätze, mit dem Tinker geht's schneller. Melvin, ich hab wieder eine Potion für dich, was du trinken darfst. Juhu. Im ersten Mal muss ich selber was essen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich trinke Saft. Ja, meine Maschinen arbeiten gerade fleißig. Aber vorher guck ich schon die Mob fahren, ob ich noch ein paar Lookbacks hab. Und du zum 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 Okay, Melvin. Ja, ne? Nichts, nichts. Dreh durch. Warum? Weil... Du. Boah, das war eine Kampfansage. Wann war es das mal nicht? Gestern? Ja. Komm, bei dir Partikel, wenn du die Gießkanal benutzt, Oskar? Hey, Alk, da du mir ja den Trick gezeigt hast, kannst du ja ruhig rüberkommen. Tja, Melvin. Aber dann wirst du das nachsehen. Warte. Hätte ich eh nicht gemacht, also... Warte. Kannst du jetzt sowieso grad nicht machen. Hätte ich eh nicht gemacht, weil ich dann keinen... Gar keinen drücken. Hier, trink die mal. Boah. Geil. Was war das? Vollen Hunger bekommen. Cool. Ähm. Hier, wir müssen das noch ein bisschen erweitern, noch. Ey. Sammel... Ja, wir hören dich. Sammel das. Das kannst du aber teilsamassig. Hast du Partikel, wenn du die benutzt, die Gießkanal? Geht nicht, weil der hat das geclämt. Aber ich kann das. Hast du Partikel, wenn du die Gießkanal benutzt? Mhm. Ja. Wo hast du denn das andere? Hä? Ich hatte dir doch schon was hingesetzt. Weiß ich grad nicht. Shit. Also das Loil-TNT, das wird gesammelt, da machen wir die Base-Dom-Über vom Tyrox-Dom. Und dann ne kleine Redstone-Schaltung dazu. Passieren dürft ihr eigentlich nichts damit. Nee. Bis er nächstes Mal zurückkommt. Und passiert auch wirklich nichts. Gut. Da will ich nämlich die Base aus Loil-TNT bauen. Oh. War's geil? Wow. Ja. Kannst du noch kurz die Karni hier testen? Was mach ich jetzt mit dem Holz? Keine Ahnung. Ach, mach mal. Ich hab zugehend. Das war das, glaub ich. Kraft fängt wieder anzulegen. Irgendwas ist bei dir, was dein Internet nicht vertreten. Funktioniert die? Auf deiner Insel. Mach mal eben einer Tag, bitte. Wie war's? Funktioniert die? Macht mal bitte einer jeden Tag. Moment. Wie kann ich's dir besser sagen, Oskar? So. Jetzt gleich. Verstehen. Ich würd' sagen, ja. Okay. Ja, tut so. Ey, die haben die vorne befeucht, die hier unten drunter drauf, aber nicht gesetzt, hat besser funktioniert. Ja, die haben einiges besser funktioniert. Geht's um eure Pflanzen? Ist ein Proof, äh, Siderator, hier hat ein Einsteller für Sorgen, dass die Pflanzen schneller wachsen. Äh, Melvin wird's um Knöpfen. Können wir noch einen Hühner haben? Knochen-Hühner? Ja, die bist du auch. Hm. Ich... Geh'n auch das? Ich hab' hier Bone, äh, White, äh, Bone-White-Chicken. Die legen Knochen. Ne, ich kann auch nicht so die Sachen draufpflanzen. Geil. Ich hab' noch keinen richtigen Platz, wo ich die hinten tun könnte. Ne. Brauchst du erstmal ne Hetchery. Hehehehe. Hm. Äh, dort muss ich noch... Scheiße, jetzt hab ich alles noch dort vorweg gebaut. Boah, bin ich bescheuert. Uhhh. Uhhh. Grrrr. 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 Jetzt weiß ich auch, warum ich die weißen Bäume gepflanzt hab. Stringskompost hier. Grrrr. dann